Liebe Schülerinnen und Schüler und Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen und Freunde der Brüder-Grimm-Schule, ein sehr ungewöhnliches Schuljahr liegt hinter uns, in dem der gewohnte Unterricht in der Schule monatelang nicht stattfinden durfte. Vor zwei Jahren hätte ich es noch als ein interessantes Science-Fiction abgetan, was wir in der Pandemie erlebt haben. Lernen ohne den regelmäßigen Besuch eines Schulhauses war für Kinder und Jugendliche eigentlich unvorstellbar und dennoch fand es statt, hier im digitalen Jahrbuch sehr überzeugend zu sehen. Herzlichen Dank für diese vielseitige Zusammenstellung über das letzte Schuljahr. Es wurde unterrichtet und sicherlich auch etwas gelernt. Die erfolgreichen Schulabschlüsse zeigen dies beispielhaft. Unterricht durch Videokonferenzen und selbstständiges Lernen waren angesagt. Und immer wieder haben wir alle Möglichkeiten des Austausches auf digitalem Wege genutzt. So bedanke ich mich als Schulleiterin ganz herzlich bei den Kollegen meines Schulleitungsteams für das große Engagement unserer Schule gemeinsam mit hohem Verantwortungsbewusstsein durch dieses Schuljahr zu führen. Ich danke allen Lehrerinnen und Lehrern, die sich unermüdlich in der Pandemie für ihre Schülerinnen und Schüler engagiert haben. Ich danke den Eltern und allen Kooperationspartnern für die sehr gute Zusammenarbeit. Und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, euch wünsche ich eine gute Zeit nach den Sommerferien in der Schule. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2021 Untertitelung. BR 2018